Musik Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu Kiez Konkret aus dem Wedding. Wir sind heute im Lichtburgforum in der Gartenstadt Atlantik. Unter dem Motto Boxen integriert wird hier heute ein ganz besonderes Pilotprojekt vorgestellt. Oder können Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, dass harte Fäuste und Kunst und Musik Hand in Hand gehen können? Der Boxveranstalter Sauerland Event und die Lichtburgstiftung wollen das heute beweisen. Und wie das funktionieren soll, da hören wir jetzt rein. Wir haben seit 13 Jahren unsere Stiftung vor allem darauf fokussiert, Kindern und Jugendlichen eine Fülle von Bildungsmöglichkeiten anzubieten und haben dafür Lernwerkstätten gegründet. Eine Lernwerkstatt Physik, eine Musik, eine Kunst und eine neue Medien-Theater. Das betreiben wir seit 13, 14 Jahren je nach Lernwerkstatt mit großem Erfolg. Pro Jahr betreuen unsere Lernwerkstätten 30.000 Kinder und Jugendliche. Und durch diverse Erfahrungen, die wir gemacht haben, ich fasse das jetzt nur kurz zusammen, kamen wir zu dem Schluss, dass wir die Bildungsmöglichkeiten um Sport erweitern wollen. Weil der Sport, und da muss ich jetzt nicht groß philosophieren, eine wichtige Voraussetzung für das Wohlbefinden ist, zum einen und zum anderen Sport, egal ob Fußball, was wir mit Unterstützung der Bundesliga-Stiftung auch jetzt begonnen haben, und auch Boxen, dass Sport also trotz der harten Wettbewerbssituation, die in jedem Sport, Leistungssport vorhanden ist, an Regeln heranführt. Das heißt, das Heranführen an Regeln, gerade von Kindern und Jugendlichen, im spielerischen, im sportlichen, aber im sportlichen Wettbewerb, halten wir für ein zentrales, gesellschaftliches und letztlich auch kulturpolitisches Anliegen. Und durch die Perfect Game Agentur, mit der Sauerland Event zusammenarbeitet und ich in meinem publizistischen Bereich zusammenarbeite, sind wir zusammengebracht worden und es war, muss man pathetisch auszudrücken, Liebe auf den ersten Blick. Wir haben wechselseitig voneinander gelernt und erkannt, dass jede Seite etwas zu bieten hat und wir uns dadurch ergänzen. Ich meine, ganz unprofessoral will ich es nicht machen, schon die alten Römer haben gesagt, ein gesunder Körper in einem gesunden Geist oder ein gesunder Geist in einem gesunden Körper und eben das Heranführen an Regeln. Und könnte man sagen, ja, ja, Boxen, nein, Boxen ist ein Sport. Und darüber hinaus, jetzt wird es sehr professoral, der berühmte Kultursoziologe Norbert Elias hat ein ganzes Kapitel in seiner Soziologie des Sports, wo er ausführt, das und weshalb und wie Boxen eben eine zivilisierende, gesamtgesellschaftliche Funktion hat. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und das sollte man im Hintergrund haben. Also wir rümpfen überhaupt nicht die Nase, sondern ja, wir freuen uns, dass wir gerade mit Boxen ein Programm, ein Projekt zunächst einmal, um uns selber zu testen, wechselseitig, ob es klappt, ob es so läuft, wie wir uns das vorstellen, für ein Jahr. Und wir planen eigentlich, das fortzusetzen aus den genannten Gründen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Kultur bisher bei uns und jetzt Sport und wir sind guter Dinge, dass das auch gut laufen wird. Ja, vielen Dank, Herr Professor. Ja, wir haben, als wir von diesem Projekt gehört haben, sehr, sehr interessiert. Wir haben schon uns an anderen Projekten mit Jugendlichen und Gewalt beteiligt. Dieses Projekt läuft noch und für uns ist das jetzt eine tolle Gelegenheit, auch mal unseren Sport mit der Kultur zusammenzuführen, wobei auch unsere Seite davon lernen kann, denn unsere Trainer sollen ja die Jugendlichen anleiten und unsere Sportler sollen auch hier zu den Lernwerkstätten kommen und sich da auch wiederum beteiligen. Also, ich finde, dass das eine sehr gute Zusammenarbeit werden kann und nach einem Jahr, wenn wir dann das Resümee ziehen, sind wir bestimmt beide der Überzeugung, dass es was gebracht hat. Boxen ist nicht nur Schlägerei, Boxen ist viel mehr. Und ich lebe ja viel in Südafrika und als Frau Koch zum Nelson Mandela gestorben ist, der ein ganz großer Box-Fan war, habe ich in einer südafrikanischen Zeitung oder der größten südafrikanischen Zeitung von einem politischen Journalisten einen tollen Artikel gelesen, dass Nelson Mandela mit ihm zusammen im Flugzeug geflogen ist. Sie waren die einzigen in der Business Class. Das war also bevor Nelson Mandela dann Präsident wurde und der politische Journalist gedacht hat, jetzt kann ich endlich mal all die Fragen stellen, die ich gerne stellen möchte. Und das war ein Flug, der dauerte anderthalb Stunden. Und anderthalb Stunden hat dann Nelson Mandela ihm nur über Boxen erzählt und wie das sein Leben geformt hat, ihn immer wieder in den schwierigen Zeiten, auch als er im Gefängnis saß, immer wieder geholfen hat, darüber hinweg zu kommen. Und dass er ein Leben lang die vergessen hat und selbst mit 85 Jahren noch zu öffentlichen Wettkämpfen gegangen ist und die besucht hat. Also ein Beispiel, dass Boxen also viel mehr ist, als wenn man es im Fernsehen sieht und denkt, da kommt einer mit dem blauen Auge aus, sondern es ist eine Stärkung des Charakters. Die Jungs, oder die sind ja auch Mädchen wahrscheinlich dabei, Lernleistungsbereitschaft, Regeln zu beachten und auch eine Ehrlichkeit. Und da freue ich mich eben halt, wenn wir das jetzt in Zukunft zusammen machen können. Vielleicht noch ganz kurz zum Operativen. Also die Kinder, die Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren werden unter anderem mit Boxcracks und nicht irgendwelchen Boxern, sondern Arthur Abraham und wirklichen Kalibern zusammenkommen, hochprofessionell und dann natürlich in den Lernwerkstätten. Und das ist die Erweiterung dabei. Vor allem sind hieran beteiligt unsere Lernwerkstatt Kunst-Museum und dann auch unsere Lernwerkstatt Musik. Was hat das mit Boxen zu tun? Also das Boxerlebnis sollen die Jugendlichen dann musikalisch ausdrücken und das Gleiche auch in Bezug auf Kunst. Das heißt, es wird eine zusätzliche Ebene eingeführt zum Boxen und umgekehrt eben eine zusätzliche Ebene zur Musik und zur Kunst. Und darüber hinaus wird begleitend für das gesamte Projekt, also für ein Jahr, ein Dokumentarfilm erstellt und die Jugendlichen vor dem Projekt und während des Projektes und am Ende des Projektes begleiten wird. Und dieser Dokufilm wird dann auch ins Netz gestellt, sodass die Jugendlichen zeigen können, aha, das ist ein Produkt, das wir jenseits des reinen Boxerlebnisses gemacht haben, noch zusätzlich präsentieren können. Und das wiederum stärkt die einzelne Persönlichkeit, gibt Stolz und ist sozusagen etwas von Dauer. Darauf kommt es uns an, eben das Prägen der jugendlichen Persönlichkeit. Und wenn Sie Fragen in Bezug auf das Operative haben, alle Beteiligten sind hier. Training mit Boxprofis und Abkühlen mit Kunst und Musik. Mehr zu diesem außergewöhnlichen Pilotprojekt erfahren Sie gleich, also bleiben Sie bei uns.